Melvin Niffeler, für die Lakers endet die Helderreise, ich spiele nur fünf im Halbfinale. Was ist Ihnen am Schluss durch den Kopf gegangen, die Szene mit Jeff Tomlinson, wie haben Sie die Serie gesehen? Ja, wir haben alles versucht. Ich denke, wir haben viele Leute überrascht und wir können stolz auf uns sein. Und mit dem Jeff sehr emotional und eine gewisse Lehre nach sechs Jahren. So ist der Sport damals. Ich wollte jetzt gleich noch eine Anfrage zum Jeff Tomlinson, was Sie ja immer wieder gesagt haben, er war nicht nur Trainer, sondern ihr persönlicher Förderer. Was geht Ihnen vor, wenn jetzt die Ära endet und die Saisonende fast schon nebensächlich ist, sondern hauptsächlich auch der Abgang von Jeff Tomlinson? Ja, es ist Sport. Es ist das Tragische an unserem Sport, dass man wirklich nicht auswählen kann, mit wem man zusammen ist. Es ist ein Business und ich denke, der Jeff hat eine gute Arbeit gemacht und ich werde ihn recht vermissen. Danke vielmals.